Die krassesten Gaming-Skandale Face Jarvis cheated in Fortnite Jarvis war eigentlich ein ganz normaler Fortnite-Content-Creator auf YouTube. Aber eines Tages hatte er eine ganz spezielle Idee für ein Video. Er ließ sich nämlich für Fortnite Cheats runter. Aber nicht irgendwelche kleinen Cheats, nein, nein, nein. Einfach nur den stärksten Aim-Bot, den er finden konnte. Dadurch traf er Schüsse auf unglaubliche Distanzen, die sonst niemand hitten würde. Epic Games bemerkte das Ganze natürlich und permabannte Face Jarvis von all ihren Servern. Wie sollen sie es auch nicht bemerken, er hat ein Video darüber gemacht, dass jeder auf YouTube sehen kann. Das mit dem Cheaten hätte er sich vielleicht zweimal überlegen sollen. Unter anderem aus diesem Grund verließ er Face Claire noch wenig später. Was denkt ihr, hat er den permaban verdient?